Haltet ihr alle euren Penis fest oder was? Was? Sonny Spielt ihr alle gerade mit eurem Penis? Sonny Hm Ähm, komm mit Ey, bring Ey, wir sollen uns verteilen Hast du gleichser Angst? Nein Ziel immer auf den Kopf Ja, ja, ich weiß, Mann Jungs, ich hatte gerade Angst, dass ihr Beste von den anderen seid, Mann Ich hatte gerade Angst, Mann Wir machen Beste Soll ich die Los holen? Ja, natürlich Die haben gesagt, die werden schießen Ja, boah, geil, egal Aber warte bitte, erst mal Warte, die kommen, glaube ich, hier Oh Jungs, falle rein Vorher, wir gehen vor Auf geht's Toht For pushing, for Hey Dein Shabbat Nein. Bin da, bin da, bin da, bin da, bin da. Dead, dead, dead. Wo sind die Pisser? Da unten, da unten. Da unten, da unten. Da unten, da unten. Ah! Fuck! Überall ist gestolpert. Ein Satz mit Ig. Warte, hier war es. Hier ist es passiert. Klack, 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 klack. Wo ist er? Jungs, hier sind noch welche bei die Shop. Habt ihr die letzten beiden geholt? Jungs, gibt es hier noch welche? Also, alle von unseren Leuten zusammen sammeln. Ja, holt alles, was ihr habt. Oh, man. Ich dachte schon, ich klatsch jetzt alleine, dass ich der Letzte bin und hol so den Letzten von denen. Das wäre so cool gewesen. Habt ihr gesehen? Ich bin reingepusht, Leute. Eigentlich hätte ich mich gerne weiter hinten versteckt. Ja, alles gut, Jungs. Die Bundeswehr machen nichts. Ja, alles gut. Die Bundeswehr macht nichts. Die Bundeswehr macht nichts. Wir haben einen Durchfall. Also, ich bin nicht gut. Die Jungs, ich bin nicht gut. Die Jungs, ich brauche den für alle mal zu kriegen. Guten Tag. Antoine Burz! Ey, was geht? Was war ihr? Und Stefan! Und Stefan! Stefan. Ja, Stefan. Ja, was weiß ich, man. Die Platz und die Crips kamen her. Was ist hier passiert? Die Platz und die Crips. Äh, die Platz und die Crips und die 18th Suite. Die kamen vorbei. Und wollten uns so. Ne, die haben uns einfach beleidigt und so. Und dann haben die Günstassen. Und dann habe ich die Kalt gemacht, wie immer. Ja, interessant. Löni, der von dritten. Okay. Der von dritten. Ich würde mal vorschlagen, er bringt alle nicht auf jeden Seitenlage, die auf dem Boden liegen. Er leistet erste Hilfe und wartet bis die Melks kommen. Hä? Er hätte das sehen müssen, man. Ey, du da. Wie heißt du? Bertie. Bertie. Brice. Bertie. Weißt du, wie viele Kitties du gemacht hast? Ja, null. Ja, null. Du F***er. Wow, der ist schwer. Jepa. Ich hab' getroffen, aber auf einmal von der Seite. Ich hab' neue Leute geballert. Jungs, ich hab' wieder alles Wichtiges gemacht. Tony, besser, Mann. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja. Er hat uns lange nicht gesehen. Oh, nein. Ja, schade. Was ist denn hier passiert? Ja, Timi hat ein großes Maul, sag ich mal, ne? Er hat hier angegriffen worden. Ja, okay. Ja. Ja, okay. Ja. Alles in Ordnung? Ja. Nein. Dein Bein? Mhm. Hat er dich erwischt, dein Bein? Hm? Hat er dich erwischt, dein Bein? Ja, ja. Du brauchst einen Druckverband. Du verlierst Blut. Ja, ja. Aber die Medics sollen sich erstmal um die Kümmern, die eroßen. Das ist korrekt von dir, Mann. Jungs, ich hab auch hier hinten noch, ich glaub, vier geholt. Ich hol die Kurs, Mann. Tony, wo sind noch welche? Ja, ey. Ich hab die schon alle geholt. Weil die wurden schon geholt. Ist hier noch einer? Jetzt guck mal. Hier durch die Ecke hab ich einen, babababab. Aber, ne, ist weg. Die müssten alle weg sein. Äh, Toni, komm in die Garage. Was kriegen wir hin, Mann? So, das ist mies kurz. Ich hab auch auf Waffen. Ja, fuck. Ja, fuck, hast noch einen, Mann? Der war mal ein altiger. Ja, fuck. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Zeit mit dem Fach. Ah, fuck. Ja, du hast ihn jetzt schon aufgeraucht, fuck. Ja. Du kannst nicht mit deinem Bruder, ha? Jetzt kann sie ihn nicht steilen. Das ist ein Zug. Oh, die Schade. Hoppa. Ähm, Herr Breiten von Berg. Suchen Sie sich doch mal den schönsten aus. Und, ähm, tun Sie mir mal einen Gefallen. Der Toni. Der wird sich das gerne mal angucken. Ja. Lieben Sie gerne. Toni, du gehst dann gleich mal mit dir mit, ja? Ja. Ja. Wer von euch will denn... Wer, warte, 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 ganz kurz. Zimmer vorbereiten. Wer von euch ist der Ranghöchste? Wer von euch sind die Ranghöchste? Warte, hast du zu trinken? Der da rechts und der so am Kopf. Äh, Papito, die sollen alle ihre Sachen noch ablegen. Das dürfen wir nicht vergessen. Die können wir eigentlich alle mal... Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Komm, guck mal hier. Komm, guck mal hier. Komm, guck mal hier. Was macht das denn? Ja, ja. Ich weiß nicht. Ja, ja. 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 Setz dich hin, Mann. Auf den. Na, Mäuschen kennst mich. Auf die Knie. Ja, besser ist das. Kannst du doch gerne umgehen. Ich habe da was in der Hose. Yeah!